Also ich muss schon sagen, nahezu komplett ohne Haare sehe ich doch etwas komisch aus als sonst. Allerdings auch noch kurz eine Info vorab, ich werde dieses Video absolut nicht nachbearbeiten, nicht, dass ich sonst wirklich viel mache, aber einfach aus Zeitgründen, weil ich übers Wochenende nicht da bin, gibt es das nicht. Aber was es gibt, und das war eigentlich nicht mal geplant, war ein Vorbericht oder eine Preview, wie auch immer ein Ersteindruck über das Moto X4. Und wie schon gesagt, geplant einfach nicht aus dem Grund, weil ich mir nicht zu viel erwartet habe. Ich dachte, es wird ein solides Mittelklasse-Handy, aber als ich es dann eben ein paar Stunden benutzte hier, muss ich sagen, hatte ich einfach das Verlangen, doch meine Erlebnisse oder meine Eindrücke zu teilen. Denn erst einmal, endlich mal gibt es wieder ein Moto X. Also hier mit dem X4, ich glaube, es gab nie ein 3, es gab ein Moto X Pure und davor ein 2. Also das wäre so gesehen der legitime Moto X2-Nachfolger, das X Pure war ja ein etwas größeres Gerät oder auch X-Style genannt. Muss ich sagen, erst einmal, was mir aufgefallen ist, das super schöne Design. Also mir gefällt das gerade hier mit den leicht abgerundeten Seiten. Muss ich allerdings auch erwähnen, es ist nicht das kompakteste Gerät. Denn mit 5,2 Zoll im Vergleich zu hier 5,1, 5 Zoll, seht ihr schon, also es ist doch ein Stückchen breiter und auch dicker. Aber dafür macht es das eben wieder gut mit einem wirklich soliden Design. Also die Verarbeitung ist top, fühlt sich echt klasse an, auch die Tasten vom Druckpunkt super platziert. Fingerabdruckleser tut seinen Job wirklich moderat schnell. Also es ist nicht der Schnellste, auch mit Vibration, aber er ist zuverlässig, tut seine Sache. Gerade als Design muss ich sagen, was mir gefällt, ist dieses Art Uhrendesign der zwei Linsen. Natürlich sticht es ein wenig hervor. Ansonsten wirkt es super robust in der Hand, komfortabel, ein wenig größer, aber sehr, sehr bequem in der Hand mit dem ganzen Rest. Finger, Kopfhörerausgang ist natürlich auch da und USB-Typ C. Und okay, nicht die kleinsten Ränder, also das kann ich nicht leugnen, will ich aber auch gar nicht. Aber ich muss sagen, es macht einen recht guten Job in dem Aspekt. Leider eben auch keine Benachrichtigungs-LED und keine kapazitiven Tasten, obwohl hier der Platz schon für die Tasten verschwendet wurde. Aber wieso das jetzt nicht ganz so schlimm ist, dazu komme ich noch später. Jetzt allerdings möchte ich kurz zu einer Sache kommen und da gibt es sehr, sehr viel Lob von mir. Das ist das Display. Also natürlich, wir hatten schon vorher immer die Möglichkeit zwischen Standard und Intensiv einzustellen. Aber was mir hier so gut gefällt, ist einfach die Displayqualität selbst. Es ist ein extrem klares und ich würde fast sogar sagen, in der Mittelklasse wohl das mitbeste Display und sogar noch einiges drüber hinaus. Also wirklich schön hell, super Farben, weiß wirklich in allen Situationen zu überzeugen. Gerade die Klarheit und die Schärfe bei nur 1080p vielleicht heutzutage top. Also ich bin fast schon echt begeistert, muss ich sagen. Ansonsten ganz kurz zum Lautsprecher. Wie schon gesagt, ganz kurz, denn, das hat jetzt nicht ganz so geklappt, ist auf der linken Seite, was ich persönlich, wenn ich es eben so halte, ein wenig komisch finde. Denn, normalerweise halte ich es so und dann eben so. Finde ich, das klingt ein wenig ungewohnt, denn normalerweise bei jedem Handy kommt es rechts. Und mir sagte schon mal einer, warum drehst du das Handy nicht? Wie schon gesagt, das ist für mich einfach normaler, das wirkt für mich ein wenig komisch, wenn ich es so halte, aber ansonsten, klar, passt das. Was gibt es sonst noch zu sagen? Der Klang selbst ist recht ausbalanciert, ein wenig fokussierender auf die Höhen. Also die sind ein wenig hervorgehoben, könnte teilweise nicht dünn wirken, aber ein wenig höhenlastiger. Also je nachdem, ob ihr das mögt, aber er tut seinen Job auch laut genug. Kopfhöhreausgang ist zumindest vorhanden, habe diesen natürlich noch nicht getestet, bin hier aber guter Dinge. Ganz kurz zur Leistung. Was ich sagen möchte ist, es ist ein Snapdragon 630 und das ist jetzt nie der spritzigste oder schnellste Chip gewesen, also gerade der Vorgänger, der 625. Was allerdings immer war, war extrem konstant, schön flüssig und aber hauptsächlich effizient. Und das erhoffe ich mir eben mit ein wenig Verbesserung in der Leistung vielleicht sogar. Denn ich muss sagen, wenn er gut läuft, seht ihr schon, dann wirkt hier alles super flüssig, wobei ich sagen muss, jetzt noch, zumindest eben nach nur ein paar Stunden und meistens tut sich da noch eine Weile oder noch was, bis die ganzen Services im Hintergrund vielleicht ihre Sachen erledigt haben, läuft es nochmal besser. Denn ich muss sagen, ich sehe ein bisschen Lag und ich sehe ein paar kleinere Slowdowns, aber wirklich, wie ihr schon sehen könnt, also da könnte eventuell noch was mit Updates passieren. Oder wie schon gesagt, ich werde es euch im Test noch wissen lassen, ob sie das einfach mit der Zeit noch verbessert. Denn allgemein wirkt das Erlebnis schon mal gut, mit ein wenig Potenzial. Was allerdings ein wenig schade ist, nur 3 GB Arbeitsspeicher. Ich denke mal, das wird jetzt weniger ein Problem sein bei einem nahezu stock Android-Gerät, aber zumindest ist es so eine Sache. Akku 3000er, das muss ich sagen, ist wirklich gut. Gut, sollte in Verbindung mit dem Snapdragon 630, der hoffentlich mal zumindest genauso wenig sogar effizienter ist wie der 625, absolut top enden, wie gut, dann wird es sich im Test noch zeigen. Software, kommen wir ganz kurz mal zu der. Hier muss ich ein paar Dinge erwähnen. Also erstens schon mal, wie schon gesagt, die Tasten. Denn ihr habt natürlich hier die Motor Suite und wie schon gesagt, leider keine kapazitiven Tasten. Was ihr allerdings habt, ist die Möglichkeit zum Beispiel mit einem Swipe nach links zurück zu gehen und mit einem Swipe nach rechts zu den LED-Snaps. Das könntet ihr dann auch umdrehen, aber wenn ihr unbedingt die Navigationstasten wollt, das könnt ihr dann wieder zurückstellen. Dann habt ihr On-Screen-Buttons, je nachdem, was ihr bevorzugt. Was ihr allerdings auch habt, ist Moto Key. Also um euch per Fingerabdruck bei anderen Geräten zum Beispiel auch Windows anzumelden. Moto Display. Ja, also das seht ihr hier schon im Prinzip. Also wenn ihr das Gerät hochhebt, seht ihr auch Benachtigungen und so weiter. Natürlich habe ich gerade keine. Und dann noch Moto Sprache und das muss ich sagen, gefällt mir eigentlich recht gut, auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich es auch wirklich viel nutzen werde. Oder was zum Beispiel Folgendes machen kann. Ich lege das dann jetzt hin und sage einfach, bitte zeige mir die Uhr. Zeige bitte die Uhr. Zeige mir bitte die Uhr. Jetzt habe ich glaube ich irgendwie den Befehl vergessen. Zeige mir bitte Instagram. Zeige bitte Instagram. Hm, komisch. Also das hat im Englischen top funktioniert. Warte mal, nochmal ganz kurz. Zeige mir bitte Instagram. Ja, okay. Jetzt hat es zumindest funktioniert. Also das funktioniert nochmal sehr gut. Zeige mir bitte Google+. Ja, also ihr seht kurz eine Vibration. Die App startet. Ihr könnt jetzt nicht wirklich abgesehen davon viel mehr machen. Also ich denke mal, ich habe da irgendwas unsauber ausgesprochen oder so. Aber das funktioniert okay. Es ist jetzt vielleicht nicht das genialste Feature. Aber ansonsten habt ihr eben noch ein sehr stock Android-nahes Feeling. Also ihr seht schon die Benachrichtigungen und so weiter. Nicht wirklich viel extra. Wenig schade. Aber zumindest die Moto Suite versüßt einem die Sache doch ein wenig. Gerade mit den Tasten und so funktioniert die Sache gut. Und Updates solltet ihr eigentlich auch recht lange bekommen bei Moto. Auch eben, da es sehr nah an Stock Android ist. Mit ein paar Verbesserungen. Ja, also Loch läuft es leider mit 7. Habe ich Loch gesagt? Ich meinte Loch. Noch läuft es mit 7.1.1. Acht wäre mir lieber. Aber ich erwarte es mal in ein paar Monaten. Also ich hoffe mal, es ist nicht allzu weit weg. Kamera. Können wir ganz kurz zu kommen. Aber allerdings jetzt nicht zur Qualität selber, sondern zur Software. Denn hier gibt es nicht wirklich allzu viel zu zeigen. Natürlich wie gut die Qualität dann selbst. Das zeigt ihr noch. Aber was ich kurz mal zeigen möchte, ist zum Beispiel, es gibt ja diese Funktion. Wenn ihr irgendwas auf der Kamera habt, könnt ihr diesen Knopf drücken. Dann wird ein Schnappschuss gemacht. Und dann sucht er nach diesem Objekt im Internet. Also da wird danach gegoogelt. Also wie gut das dann funktioniert, muss ich noch im Test sehen. Jetzt zum Beispiel hat er es erkannt als schwarz-graue, schnurgebundene Computermaus. Was nicht mal stimmt, da kein Kabel dran war. Also so richtig gut laufen zu sein, das hat mein iPad zwar als iPad erkannt, aber nicht so wirklich. Also das wäre jetzt eine Sache. Natürlich habt ihr, was ich recht gut finde, 4K, aber auch 1080p 60. Das ist schön. Software ein bisschen auf der rudimentären Seite. Also ihr habt jetzt nicht allzu viele extra Features, gerade wenn es um die Kamerasoftware geht. Aber solange die Qualität der Bilder, der Schnappschüsse eben auch qualitativ gut passt und auch von der Bearbeitung seit schnell ist, gibt es ja eigentlich zu bemängern. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt eigentlich schon zum Vorab-Fazit und berücksichtigen mal den Preis. Im Moment bei 350 Euro, ich habe es sogar schon bei 340 gesehen, muss ich sagen, habe ich mir nicht zu viel erwartet, denn es ist nicht günstig. Aber es sollte noch demnächst ein wenig fallen, so Richtung 300. Und dann muss ich allerdings sagen, mit einem absolut aktuellen Prozessor, auch einem guten mittelkleidigen Prozessor, gerade mit der Verarbeitung, die absolut einwandfrei ist, also es fühlt sich solide an, auch schön. Auch wenn jetzt nicht super kompakt, haben wir ein absolutes Top-Display. Wir haben einen, auch wenn leider nur einen, nach vorne feuernden Lautsprecher, der auch klanglich gut ist. Wir haben eine sehr solide Leistung, die könnte sogar sehr gut sein, wenn die kleineren Ruckler noch verschwunden sind. Ob das der Fall ist, sage ich euch im Test noch. Akkulaufzeit, wie schon gesagt, sollte hier gerade eben in Anbetracht der Effizienz des Prozessors und der Akkugröße sehr, sehr gut sein. Da habe ich wirklich höchste Hoffnungen für. Also ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Software, solide, wie schon gesagt, für mich teilweise ein wenig zu rudimentär. Vielleicht hätte ich gerne ein paar mehr Features, aber zumindest ist es besser wie Stock Android in eben Zusammenhang mit der Motorspeed. Also falls ihr die Sprachgisten oder so weiter und so weiter und zum Beispiel eben auch das Anschalten der Taschenlampe und auch der Kamera praktisch findet, es ist nicht schlecht. Also definitiv ein kleiner Schritt nach vorne. Kamera, das ist wahrscheinlich das, was vielen sehr, sehr wichtig ist. Wie schon gesagt, das dann im Detail im Test, aber ich glaube zumindest so, was ich schon gehört habe, soll es eine recht gute sein. Und deswegen muss ich sagen, gerade wenn es preislich noch ein wenig fällt, gerade 300. Also ich finde, 300 ist ein angemessener Preis in Anbetracht der Qualität und so. Und wir können jetzt nicht wirklich irgendwie ich Importgeräte mitrechnen, denn lokaler Markt ist einfach was anderes. Hier bekommt ihr die Garantie vor Ort, was ihr eben bei China-Geräten nicht bekommt. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, es ist besser. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen wie ein Mi 6, das preislich auf dem gleichen Niveau ist. Aber auf dem lokalen Markt sieht es sehr, sehr stark aus. Also hier kann es die Konkurrenz doch ein wenig aufrütteln. Einfach ist, da es auch eines der wenigen Geräte ist, wirklich hochqualitativen Geräte, dass ihr mit Stock Android daherkommt. Das nächstbeste wäre wahrscheinlich schon das Moto G5 Plus. Oder das Moto G5 Plus, das ich auch schon getestet habe. Das hat mich bei weitem nicht so von der Haptik überzeugt. Bei weitem nicht so vom Display und von den anderen Features. Also den Aufpreis definitiv zu dem scheint es wert zu sein. Ob oder alles weitere werde ich euch noch im Test wissen lassen. Und deswegen würde ich sagen, beende ich das hier und schönen Tag noch. Ciao.